vulkanisch das heißt wir müssen wieder aufpassen wo wir uns hier bewegen gift schaden das heißt ich werde wieder wahrscheinlich oft sterben soll man machen niedergang wird champions ich lebe doch noch wie ich war kann das schon sein ich wäre kann irgendwas hier überhaupt sein wir sind sowieso mal auf 100 mal machen irgendwann diese verlieren ich habe eine ultimate reingepackt man schon direkt hier vorne natürlich ist jetzt ein feuer typ 3 1 ich auch da sind die schon gewesen ich vermischen sich bei mir in einer super ich glaube 53 vielleicht nicht ja super weil es hatte also wir sind gerade erst gespawnt er sagt ich schaffte jetzt überleben und so war dann hier auf einmal los ich versuche eine konzellation ja schon am anfang konnte er kann ja nicht mal irgendwie zurücklaufen oder irgendwie so weit er gar nichts ich bin ja nicht rein dass mich raus war herr schweine ja wie wir schaffen da ich auf einer lege ich habe ein kleines betont okay alles klar 53 vielleicht nicht so 53 ich habe ich noch gar nicht gefragt da habe ich doch gerade gefahren weil ich es aber machen drei ich dachte gesagt es mussten nein da sind dafür kasse anfang ja vorher gestört also auch davor war es auf die landen verspere die lebensbalken einer biskette so war gar nicht wiederbelebt dadurch habe ich gerade überlebt ich meine ultimate eingesetzt sagt ich habe nicht geschafft ich wieder zu beleben ja ich war direkt wieder tot na gut ich habe ja mal kurz meine rüstung dann gehen wir vielleicht mal auf level 51 wir waren so nah schon direkt am sparen punkte passiert manchmal ich würde auch reingelaufen kam schon direkt der gegner wie blöd ich bin noch nicht bereit ich bin noch nicht bereit war okay neu zu sein hier von der goldwaffe noch das war von blauen sachen design gekriegt dann gehe ich eben meine sachen kurz reparieren dann gehen wir auf level 51 also war doch mal wenn man ja dauernd gewittersturm nein danke hier wird der sturm nein danke tors impuls monster feuer schaden distanz verteidiger widerstandsbrecher jetzt dann gehen wir ihm nur 51 haben verstanden spiel ich dachte sagt es drohen 50 sagten sie nicht drohen 50 neu sagt er blind höhen fallenden dorfbewohner sind der gegner direkt wieder nebenan nein gut da will ich es erst mal aufatmen ja wir wollen unser gepäck erstmal auspacken und zwar als würde direkt überrannt werden zu haben ja widerstand gegen blitz ist mein nächster seltener knoten dann habe ich einen widerstand von wieder blitzwiderstand ist auch nicht so niedrig bei mir schatten und kälte widerstand habe ich schon auf 70 also maximum tagbuchseite schon wieder spenden daheim ist das schon wieder den blöden explosionen ich bin da gerade eine barriere kann gut sein ja ich bin bei der explosion so weit ich bin die ganze zeit auf wiedering ab eben im blöden gibt ich werde ja nicht lange überleben reingesprungen einfach macht das schwert nach fast stärker was mich an es gibt widerstand genau mein ding für meine für meine 23 prozent gefischt nur zehn prozent mehr dann ist auch nicht viel mehr ein gott war die ganze zeit einfach so runter in dem blöden gift ich habe mir gar nicht treffen lassen ja für mich die ganze zeit weg wegen dem war wenn ja ich glaube ich ich bin noch nicht oh mein Gott wooooooooooooooooooooooo okay kommen dort kommt einfach auf mich zugang und stirbt ja okay ich wollte mal lang links oben okay glaube ich man ja 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 denn wenn denn 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 lustig weil alle beträgt mein verlegen der es gehört die weife da durchlaufen kann sonne zu sterben er wird das leben stärker wieder stand gegen kälte es ist eine falle aber das war nicht so eine gute idee aber ich muss ja ich bin da oben lang das ich habe so ein dorf wohnheit ich bin noch nicht bereit kabelfernsehen da normalerweise wenn er im mietvertrag das ist dann ja auch im fernsehen da ist schon lange irgendwie so eine umstellung irgendwie meine ich jedenfalls ich habe mitbekommen dann massaker ja ich lebe es richtiger erzwein ja 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 habe ich gerade bekommen ich wollte nur berühren aber das wäre so ein dorf wohnen den hauschein mit meiner kette über genau an ja ich bin ja schon erfasst ich bin noch nicht weil warum ich mich noch bereits an ich habe einfach nur darum und existiere ein beinsschutz der um fünf punkte stärke stärke hat meiner ist so gut jetzt geben wir alle werte hier voll plus dem würde ich nicht gemein an ich muss warten beim bar mit hohen ansprechen guckte mal in der ganzen leuchtenden waffen an dann kann ich so einen dunklen kämpfen gerade habe ich noch ein design von knüppel freigeschaltet ja was geht event macht euch bereit ich habe überall die exklusion 3 dieses blöde gift nicht bedingt ich auch nicht und dann war ich vergiftet und dann war es auch war das war da muss ja nur ein angriff überleben das war kein problem problem ist das das war richtig unfair warum vor diesem roten kreis musste ich weg wenn und damit bin ich genau in den feuer der hat genau dahin geschossen wo ich hinrenne ich würde ich den roten kreis hätte das noch geschafft das war ich würde ich würde ich würde in eine fertigkeit wirk halt ja schon 1,4 prozent eures lebens okay ich habe noch nicht gesehen ob er meine hp sind nur grünen gerade das gibt abläufe nicht tot da war keine rote energie manchmal hier einfach nur grüne hp das müsste dich da freuen dann tut ja grün kann nicht nur die sieben green da müsst ihr manchmal meine hp leiste mal anschauen die ganze zeit nur versorgen ja dann ist vollgestört fertig heißt nach mitternachtshafen wird da oben ist aber ich wollte schon sagen müssen wir jetzt mal nach dem anderen quest andere dann sind und diese ja die vergangen des champions schon wieder wieder von diesen champions gibt es denn wie oft sind die denn eigentlich niedergegangen jetzt ja ein brutaler einfacher sicher dass ich die aufgehoben habe stand da nur einfache sicher hier war zu brutal für dich naja ich meine karte gefallen keine brutalen sachen aber ich bin eingefroren ja und ich bin da gibt es ein gespuckt ich schreibe euch an ich verziehe mich das über gott lauter leute jetzt habe ich da oben das ding aktiviert da geht weg geht weg er macht voll viel schaden geht weg ich bin noch nicht ich habe keine tränke mehr auch noch einer peter so ich habe den gegner gar nicht gesehen ehrlich gesagt ja ich habe keinen trank mehr ja ich weiß den gegner habe ich gar nicht gesehen ich habe ich noch was gibt konzentriert so gott ich dachte ich dachte ich dachte ich hätte dich getötet bevor die spinne dich erwischt hat ja ja deswegen habe ich ja die spiele ist auch tot anscheinend ja die hätte ich angefasst ja so ich habe keine tränke das kann nur gut ausgehen für mich ich werde gleich definitiv in der ersten gegner fragen was ist das schwierig denn er schafft ja nicht mal zum wasser direkt ein trank ich freue mich durch stück habe ich tränke habe ich auch normale so jetzt habe ich ja fünf tecke aber gott vermacht der kopfschutz sehr besser deshalb gleiche sein was ich habe ich muss warten trinken er war die drehung des todes zu berühren haben eine ultimate eigentlich dass man alles dann in den großen axtypen ein gegner ist da noch weil ich der molotov guckt irgendwie so man angezündet hat hat es kaputt gegangen jetzt irgendwann angezündet er hat irgendwie voll spüren und irgendwann in seiner hand angezündet vielleicht hat er eine feuerkugel beschworen tränke voll aber muss man exzieren ich bin bereits voll nur noch ein boss blatt ganz gut in den arbeit noch nicht vielleicht kann ich damit nicht betäuben wahrscheinlich voll dicke schaden wenn nämlich triff er hat ja ja meine volle hat schon eine falle meinst du dann ja oder rein und dann klappt ein oder ja aber wie soll ich nicht allein tragen ich bin noch nicht bereit oh 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 okay what das war schnelles großschwert ist klar okay das hätte schwieriger aber auch einfacher sein können für mich ok ok warte mal das effekt den ich habe doppelt so stark ja ja sowieso effekte in den waffen aspekte aspekte ja meistens wenn ich irgendwie rausnehmen ist irgendwie so halb zu stark damit zu tun heiligen oder vermachten gegenstand eingesteckt schon beim falschen jetzt spielt schon eine rolle ja ich glaube das war in den gleichen aspekte extra 18.000 ach wenn man das nee das können wir aber machen einprägen jetzt mal echt mit mir am ring da wieder 9000 wo ich habe genauer den gleichen was wäre ich da tiefe einpacken wird dann später stärker aber welcher denn zwei jahren drehen tue ist das stärker mit der gegner der nähe aber ich hätte gern diesen fähigkeit hier wieso war es da zwei jahren vertreten ist ich hätte aber einhandwaffe und zweihandwaffe macht um 100 prozent erhöht ist auch ein einhandwaffe die ich habe verstehe nicht ich bin noch mit was besser am ring mir eine playstation 5 holen kannst du mein rad wissen ja ich bin noch überlegt gibt viele vorteile meine praktisch alles zusammen spielen meine überdimensionalen kosmischen kräfte sagen mehr mach weiter ja dann gibt es nie wieder irgendwie ja ja deswegen ja eröffnet sich so viel raum für uns was zu stehen naja gibt es ja noch auf 4 5 und im pc also ja da gibt es nicht auf xboxen aber da gibt es ein paar vermutungen leiter von halo der ist ein bisschen weil die helder etwas haben ein bisschen ähnlichkeiten charakter aus halo die helder es ist keine keine kopie oder man könnte auch dasselbe spiel machen nur im universum ja ich weiß was nicht so weit spiel aber ich werde das klingt interessant also ich sehe nur eine gute sagen da ist jetzt ein update rausgekommen da kann mexo kampf anzüge benutzen ich bin allgemein so von so und so wie nennt man solche spiele so koop spieler gegen environment hier so poe ja genau so was ist dann im prinzip damit maximal vier leuten kannst du dann musst du dich dadurch kämpfen von riesigen horden und vor allem am schlimmsten sind die insekten die sind schon ziemlich schlimm weil sie nicht die sind groß und kommen in riesigen und spucken meistens gift oder säure oder so was aber die maschinen die roboter die sind noch schlimmer weil die waffen haben können zurückschieben und die haben geschütztürme und allen möglichen scheiß der einheimischen werden sich ja das ist im prinzip das alles propaganda die planeten von denen irgendwie belagert greifen ja ich habe mir einen trailer mal letztens irgendwie angeschaut wir so ein typ so das könnten sie sein irgendwie ja also die story ist schon ziemlich fast schon fast faschistisch ganz ehrlich fanatisch ist hat ein bisschen alle in der das ist eine zukunft alle nationen haben sich zusammengetan auf der planeten erde und nennen sich ab sofort super earth also super erde da gibt es sogar so ein emote da kann man sich mit dem und das hat sogar kann man sie können sich umarmen hat hat sogar einen praktischen nutzen wenn der eine bild hat dann bist du in dem schild von dem drin wenn du den umarmst eine nukleere explosion ist dann umarmst einfach hier ja ja genau da ist freundliches feuer nämlich an also du kannst andere spieler töten also macht den schaden der sterbensart überhaupt wenn du irgendwo in erster action machst wenn deine verbündeten dabei würde ich jetzt genau ich wollte den 86 damit 50 weg damit weg damit standard ist jetzt wieder 52 albtraum portale todesimpuls sturmflucht zorn versteckte elite gegner ein bisschen spielen man wollte ich spiele hier mit den affixen recher monster blutung scharmen monster wieder stehen ja ich tue mal schon mal nächste was haben wir noch nicht gemacht gesichtsloser schreien ich habe die gauin haben wir noch nicht ein bisschen abwechslung obwohl wie sieht es mit nehmen das ist nicht ja nein ich habe ich schnell gedrückt jetzt weiß ich wie er nicht war das hat hier gauin aber bei 95 da kann man ja noch mal die städte und alles herausfordern ja da war es gleich mit mit schnell geschlafen hat da war da auch ihr fritt und eis geschlafen was geht es leute so jetzt hier 250 blase ich habe nichts aufgezogen irgendwie müssen wir da götterschändigung machen hier da war das jetzt so ein wellentyp aber wenn wir da rein haben wir da rein gestochen bei diesem wellentyp ich weiß nicht ich hab's nicht gesehen jetzt wird ja das ist keine falle das ist eine falle gefüllt mit gold und ich hab's nicht gesehen nein mein schatz ist noch nicht auf start nur so weiter also für die letzte gegner gefällt mir die sind aber ich habe geschmackt ja das ist ein quartier meister machen ja sie sind hier mit uns eingesperrt das war noch nie aber blicken ja schon kein schatzproblem aber natürlich ist hier so ein typ noch keine welle von ihnen gesehen ich glaube da sind die matrosen die das machen ist die quartiermeister sind ein stück größer gar nicht knappe kommt noch ein geschenk ich wollte auch aber der geschahen er ist ja so ein feuer ich gehe mal zurück weil da sind eine menge blasen ja genau deswegen so eine kleine schlange das leben soll nicht okay ich wollte sagen noch in seiner kno und widerstand gegen blitze und 100 rüstung gleich überlebe ich jetzt ein bisschen ich komme nicht zurück wir sind ab wir sind von einer getrennt ich muss mich raus da bloß war mit dann braucht jemand hilfe mit gregor der gregory ich werde mir ja ich muss warten damit man der braucht drei jahre und so geht er muss dreimal ging ich brauche drei der mit spieler oder irgendwie so aber dafür blase ich habe doch naja ich finde ja ehrlich gesagt noch ganz schön schädlich da der ist doch ein dann merken wir den schatzgoblin irgendwie als wir den weltbus gemacht haben ja mein golem hat ihn beteiligt wird normalerweise eigentlich nicht gegen alle arten von er ist nicht auch nicht von den tentakeln beeinflussen vielleicht neu oder so oder das war irgendwie vielleicht sehr stark genug um den zu betäuben haben sie geschickt oder so keine Ahnung ich bin immer gefangen ich bin immer gefangen das ist doch eine Oh Alright fish, I'm gonna watch einzeln auf dem bach hat aufgesprungen genau geben will ich ja ich bin ja nur gelbe zahlen ok wir können schon weiter eigentlich ich muss warten alle neu ich bin noch nicht bereit aber sehr kurz war und war nein ich wollte ich auch die springen und schon wieder ich sehe gar nicht wann sie den machte wir machen mal so eine animation ich glaube hier kommt wieder ich bin noch nicht bereit ich bin noch nicht los und schützt ich muss mal irgendwas bekommen nein warum nicht zum greifen rein